Wenn der Weg nach Saffronia City versperrt ist und ich weiterhin nicht an diesem schlafenden Pokémon vorbeikomme, dann bleibt mir nichts anderes als zurück nach Azuria City zu gehen. Naja, dann kann ich wenigstens diesen Gutschein einlösen. Hallo! Hi! Sag mal, warst du nicht neulich schon mal da? Das ist korrekt! Okay, hast du dann also die Millionen zusammen oder willst du einfach nur unser beider Zeit verschwenden? Weder noch! Und was soll das jetzt heißen? Ich habe diesen Gutschein hier! Gutschein, ne? Sag mal, ja. Ja, ja, das geht in Ordnung. Also kriege ich ein Fahrrad? Ja! Ich schätze mal, das hast du dir auch verdient. Ich will gar nicht wissen, was du tun musstest, um das Ding von dem alten Spinner zu kriegen. Äh, sie wissen von wem der kommt? Ja, klar. Glaubst du, es gibt viele Menschen, die sich einen Gutschein für ein Luxusrad leisten können? Oh, ja, ja, das ergibt Sinn. Ah, hier ist jedenfalls dein Fahrrad. Dankeschön! Du kannst es überall fahren, außer in Gebäuden. Vielen Dank! So, Visa, bist du bereit für unsere erste Fahrt? Visa! So ist recht, dann mal los! Lass uns kämpfen! Sag mal, spinnst du? Du kannst wieder hier einfach nicht so ausbremsen, das ist gefährlich! So, das geschieht dir recht! Guck mal, das muss der Fels-Tunnel sein. Bereit, Visa? Visa! Perfekt, ich auch! Visa, was ist hier los? Visa? Ich kann überhaupt nichts sehen! Was passiert hier bitte? Bist du etwa hergekommen, ohne ein Pokémon, das Blitz beherrscht? Was ist bitte Blitz? Eine VM! Moment, das habe ich schon mal gehört! Außerdem kannst du jetzt die Attacke Blitz jederzeit außerhalb des Kampfes anwenden, sofern du die Attacke dann passt. Und woher bekomme ich diese VM? Ich glaube, der Professor lässt sie verteilen. Na toll, und wo? Beim Ausgang des Dicta-Tunnels bei Vertania City! Wow! Ne, das dauert zu lange! Das muss so gehen! Das würde ich dir wirklich nicht raten! Moment! Sie haben diese VM? Natürlich! Warum setzen Sie sie da nicht ein? Das tue ich doch! Aber es funktioniert halt nur für den Trainer, dessen Pokémon die Attacke einsetzt! Natürlich tut sie das! Ich gehe dann mal! Auch wenn ich nicht weiß, wohin! Vier Stunden später! Bisa! Ich glaube, ich entwickle Dunkelsicht! Bisa? Nein, nicht wirklich! Bisa! Weil das Sarkasmus war! Bisa! Bisa! Es tut mir leid! Ich weiß nur ehrlich nicht, wo ich bin und wie wir hier jemals rauskommen sollen! Und ob wir lebend hier rauskommen! Bisa! Ja, du hast recht! Wir müssen es nur weiter versuchen! Sieben Stunden später! Bisa? Ich habe einen Ausgang gefunden! Bisa! Bisa! Ja, ich weiß, dass ich das schon viermal gesagt habe und es jedes Mal der Eingang war! Bisa? Nein, das geht nicht! Bisa! Aus Prinzip! Ich gehe doch jetzt nicht zurück und frage nach dieser VM! So! Und dieser Ausgang führt zu... Tageslicht! Ich bin an einem Ort, an dem ich etwas sehen kann! Sofern ich in den nächsten Sekunden meine Reginas wegbrennen! Hey! Hi! Sag mal, wo bin ich hier? In Lavandia! Der Stadt der Geister! Geister? Ja, sie sind hier überall! Glaubst du an Geister? Äh, ich glaube an Geister! Pokémon! Oh, dann gefällt dir bestimmt der Pokémon-Turm! Da sind ganz viele Pokémon begraben und es winnet vor Geistern! Pokémon-Turm? Das werde ich mir mal anschauen! Danke! Weder noch! Und was soll das jetzt heißen? Das heißt, dass ich meinen Gutschein vergessen habe! Du hast ihn nicht vergessen! Ich habe ihn noch von der Probe! Ach, kacke!